Portugal ist ein Sehnsuchtsort, ohne Frage. Viele fahren dort in Urlaub hin, jeden Sommer wieder. Und Unternehmen wie Casa de Portugal, das kleine Lädchen hier in Frankfurt, leben davon, diese Sehnsucht auch außerhalb der Sommersaison am Leben zu erhalten. Und zwar mit leiblichem Wohl. Was aber bewegt Unternehmen anderer Art, Startups zum Beispiel, nach Portugal zu gehen, insbesondere nach Lissabon. Mit Sicherheit sind die kulinarischen Spezialitäten von Portugal ein Grund, der Mitarbeiter locken kann und auch binden kann. Aber um diese Jahreszeit ist natürlich Portugal noch mit einem anderen Vorzug gesegnet. Es ist warm, wo es hier in Deutschland kalt ist. Und es gibt Wasser. Portugals Atlantikküste lädt noch im November zum Surfen ein. Nicht umsonst findet am Wochenende vor der Eröffnung des eigentlichen Web-Summit der sogenannte Surf-Summit in Lissabon statt. Wer sich Lissabon aber gleich zum festen Firmenstandort wählt, hat mit dem Strand eine echte Inspirationsalternative zum mittlerweile allgegenwärtigen Startup-Tischkicker. Vom Zentrum ist man in einer Viertelstunde am Wasser und danach natürlich wieder zurück im Büro oder am Flughafen. Kurze Wege überzeugen. Staus sind kaum ein Thema und selbst der Nahverkehr gibt keinen Grund zur Klage. Konsequent ausgebaut ist auch die WLAN-Versorgung. Und günstige Immobilien tun ein übriges, Gründe aus aller Welt anzuziehen. Auf einem ehemaligen Militärgelände soll ihnen demnächst der größte Coworking-Space Europas zur Verfügung stehen. Dann können die Innovatoren die etwa 35.000 Quadratmeter des Hubs Creativo do Beato bespielen. Das Personal dafür wäre auch leichter zu heuern als in Metropolen wie Berlin, Paris oder London. Die Hochschulen von Lissabon, darunter eine ingenieurwissenschaftliche Hochschule, das Instituto Superior Tecnico, gelten europaweit als Kaderschmieden für hochqualifizierten Nachwuchs. Und die meisten jungen Portugiesen sind überdies mehrsprachig unterwegs. Außerdem sind sie deutlich günstiger als Fachkräfte andernorts. Entsprechend sind auch die Mieten noch vergleichsweise überschaubar. Das Preisniveau unterbietet selbst Berlin, das lange Zeit mit günstigen und gleichzeitig hippen Wohnraum gepunktet hat. Ambitionierte Gründer, die das noch nicht restlos überzeugt, denen gibt die sozialistische Minderheitsregierung noch eine kleine Denkhilfe. Seit 2016 werden Start-ups mit enormem Aufwand gefördert. Mit Geld und mit Vergünstigungen. Jeder, der mehr als eine Million Euro in die lokale Wirtschaft investiert, Immobilien im Wert von einer halben Million Euro kauft oder zehn Jobs schafft, bekommt das sogenannte goldene Visum. Eine Aufenthaltsgenehmigung, die sogar die Staatsbürgerschaft in Aussicht stellt. Ein unschätzbares Lockmittel beispielsweise für Fachkräfte aus Brasilien, wo es nur so an heiß begehrten Programmierern wimmelt. Spezialisten aus der EU mit ständigem Wohnsitz im Land können mit einer zehnjährigen Einkommenssteuerbefreiung von allen Einkünften aus ausländischen Quellen rechnen. Einkommen aus Portugal werden bis maximal 20 Prozent besteuert. Die Web-Summit-Organisatoren um Patty Cosgrave bekamen Anfang Oktober aber noch ein besonderes Bonbon. Ihnen steht eine Förderung in Höhe von 110 Millionen Euro ins Haus als Gegenleistung für die Zusage, die Konferenz die nächsten zehn Jahre in Lissabon zu veranstalten. Zückerchen gibt es also reichlich in Portugals Hauptstadt und auch sonst ist die Stadt reich an Wettbewerbsvorteilen. Die Startups dokumentieren ja gerne ihren Kaffeekonsum. Da hat Portugal auch einiges zu bieten. Das erklärt, warum Lissabon auch jenseits des Web-Summits im Gründungsfieber ist. Jährlich werden um die 600 Startups gegründet, etablierte aus anderen Regionen gesellen sich dazu. Wen würde es da wundern, wenn die Casa de Portugal in Frankfurt vom Sehnsuchtsort außerhalb des Urlaubs zur Anlaufstelle für Heimaturlauber würde.